Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer neuen Mitmachaktion. Die heißt heute Selbstportrait. Dafür braucht ihr nicht viel, ihr braucht einen Bleistift und ein Blatt Papier und optimalerweise einen Spiegel. Ihr könnt euch vor den Spiegel setzen, euch selber zeichnen, schickt uns nachher eure Bilder, die könnt ihr abfotografieren mit dem Handy von Mama oder Papa oder mit eurem eigenen Handy und schickt uns die Bilder an die unten eingeblendete Telefonnummer über WhatsApp. Schreibt bitte Namen und Alter dazu oder ihr schickt uns das Bild an zusammenhalten.bleiberger.de Auch da Name und Alter nicht vergessen. Beides haben wir euch nochmal unten in die Beschreibung reingepackt. Ebenso auch das Restprogramm für den Tag von der Werkwoche und für den Rest der Woche. Und hier geht es gleich um 14 Uhr weiter mit dem Team. Dann könnt ihr mit dem Team quatschen. Den Link findet ihr auch in dem Programm von der Werkwoche. Das ist eine Online-Konferenz, ihr braucht also da auch ein Mikrofon und eine Kamera. Die meisten Handys und Smartphones haben das aber dran. Das heißt, es sollte kein Problem sein für euch. Ihr könnt den Teamern und Teamerinnen Fragen stellen, die antworten euch gerne da drauf. Also viel Spaß heute, seid kreativ und wir freuen uns auf eure Bilder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. american comprarенсver